Drei No-Go's, die ich den Models bei mir im Model-Coaching direkt in den ersten Wochen beibringe. Erstes No-Go ist, sich zu 100% immer darauf zu verlassen, dass die Agentur einen supportet und pusht. Das ist nämlich oftmals nicht der Fall. Setz dich also lieber damit auseinander, wie du im Zweifel auch ohne Agentur an Model-Jobs kommst. Drittes No-Go, einen schlechten Eindruck bei TFP-Shootings zu hinterlassen. Du weißt nämlich nie, ob diese Fotografen dich nicht am nächsten Tag für einen Job beauftragen wollen. Drittes No-Go, geschminkt an Z-Kommen. Wenn du für einen Job gebucht bist, musst du ungeschminkt an Z-Kommen. Ansonsten sind die Make-Up-Artisten nur genervt, denn dann müssen sie dich erstmal abschminken, bevor sie dich neu schminken können.